Funktioniert Phallosan-Pforte wirklich? Und wenn ja, wie gut? Ein paar Klicks durchs Netz offenbaren, Käufer, Blogger und Online-Zeitungen sind begeistert. Zwar gibt eine klinische Studie aus dem Jahr 2005 wohl immer noch den umfassendsten Überblick zur Wirksamkeit von Phallosan-Pforte. Sie nennt zum Beispiel Durchschnittswerte zur Zunahme von Penislänge und Penisumfang einer verhältnismäßig großen Probandengruppe. Andererseits verdeutlichen individuelle Erfahrungsberichte zu Phallosan-Pforte sicher am besten, wie sich der Alltag mit dem Penisstrecker anfühlt. Welche Erfahrungen Blogger und Medien mit Phallosan-Pforte gemacht haben, fassen wir hier zusammen. Wer sich auf die Suche nach Phallosan-Pforte-Erfahrungsberichten begibt, stellt zunächst fest, davon gibt es Hunderte. Das verdeutlicht nicht nur, dass es sich beim Phallosan-Pforte-Prinzip um eine populäre und beliebte Methode zur Penisvergrößerung oder medizinischen Penisbegradigung handelt. Die schiere Anzahl an Testberichten und Nutzertagebüchern zeigt auch, dass es viele Männer gibt, die mit ihrer Penisgröße nicht ganz zufrieden sind. Falls Sie sich zu dieser Gruppe zählen, sollte Ihnen das erst einmal Mut machen. Mit der Unzufriedenheit oder Unsicherheit sind Sie nämlich bei weitem nicht allein. Gut zu wissen, dass es online unzählige Websites und Foren gibt, in denen Männer ihre Ängste und Erfahrungen austauschen können. Immer wieder warnen Blogger und User dabei vor fragwürdigen Pillen und Cremes zur Penisvergrößerung. Die entpuppen sich nicht nur als teuer und nutzlos, sondern teilweise auch als gesundheitsschädigend. Vor allem folgende Vorteile von Phallosan-Pforte werden in Tests immer wieder betont. Phallosan-Pforte funktioniert, bei mehrstündiger Tragezeit täglich. Orthopädische Penisverlängerung braucht seine Zeit. Das betonen nicht nur wir als Hersteller, sondern auch die Blogger, die Phallosan-Pforte meist einem Test von drei bis sechs Monaten unterziehen. Die Erfolgsquote ist individuell und von Person zu Person und der Trainingszeit abhängig. Phallosan-Pforte vergrößert nicht nur den Penis in der Länge. Die meisten Nutzer berichten auch von einer Vergrößerung des Penisumfangs. Die Erfahrung mit Phallosan-Pforte zeigt, die Erfolge sind nachhaltig. Die Anwendung ist schmerzfrei. Die meisten Blogger nutzen Phallosan-Pforte nachts und fühlen sich im Schlaf nicht beeinträchtigt. Aber auch im Alltag machen die meisten Blogger positive Erfahrungen mit Phallosan-Pforte. Selbst unter engen Jeans, so betonen viele Tester, ist der Stretchgurt kaum sichtbar. Uneingeschränkte Kaufempfehlung, Phallosan-Pforte birgt bei korrekter Anwendungen keine Risiken, kostet aber nur den Bruchteil einer riskanten plastischen Operation. Das Fazit der meisten Erfahrungsberichte zu Phallosan-Pforte fällt deshalb durchweg positiv aus. Von ihren positiven Erfahrungen mit Phallosan-Pforte berichten aber nicht nur erfahrene Blogger. Das größte Lob erhalten wir jeden Tag von unseren zahlreichen Käufern. Was die denken, können Sie hier nachlesen. Phallosan-Pforte-Erfahrungen in der Presse In den vergangenen Jahren haben auch die Leitmedien immer wieder über Phallosan-Pforte berichtet. In der BILD bekam die klinische Studie zur Wirksamkeit von Phallosan-Pforte ein Gesicht, dort berichten ein begeisterterter Studienproband und seine Ehefrau von ihren Erfahrungen mit Phallosan-Pforte. Das Ergebnis nach 6 Monaten Phallosan-Pforte-Nutzung, eine Penisverlängerung von 4,6 cm, eine härtere Erektion, häufigerer und befriedigenderer Sex. Über dasselbe Ehepaar berichtete auch das ARD-Magazin, Bristant. Ein positives Medienecho erreichte uns mehrfach auch aus dem Männermagazin, Men's Health, das nicht nur über Phallosan-Pforte als erfolgreichen Penisextender berichtet hat, sondern auch über Ärzte, die mit Phallosan-Pforte erfolgreich Penisdeviationen, IPP, behandeln. Hinzu kommen Erfahrungsberichte zu PHALLSON-Pforte aus der medizinischen Fachpresse, zum Beispiel in der, Medical Tribune, und dem Magazin, Ärztliche Praxis Urologie Nephrologie. Natürlich will jede Anschaffung gründlich bedacht sein. Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn unsere Kunden sich zuerst ausführlich über unser Produkt informieren wollen. Unsere erfahrenen Service-Mitarbeiter freuen sich schon auf ihre Fragen, vor oder nach ihrem Kauf. Der größte Vorteil von Phallosan-Pforte aber bleibt über alle Zweifel erhaben, die Anwendung ist risikofrei, die Erfolgsaussichten enorm, der Preis erschwinglich. Das sollten Sie bei all Ihren Überlegungen rund ums Thema Penisvergrößerung stets im Hinterkopf behalten. Bei einer Operation setzen Sie sich immer gesundheitlichen Risiken aus, und müssen mehrere tausend Euro bezahlen. Wenn Sie weitere Informationen zu Phallosan-Pforte wünschen, klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. dem Video Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020